Mein Name ist Ritsche. Ich tu das wirklich. Ich bin 20 Jahre alt. Nehmen wir so ein Depp an dem Schädel. Hä? Welche Ehe sind? Wo ist das denn? Wie willst du? Ich hab keine Zigaretten. Geh aus Wecken mit dem Blech. Oh Gott, sieh. Oh Gott, sieh. Oh, Wahnsinn. Das ist nicht das. Das habe ich halt nur überwacht. Das ist sehr gehöht. Von der Zeit. Sehr, sehr, sehr. Ah, jetzt hat mich nicht abklingt, weil es mich angeschaut hat. Super. Bezirkt, nebst du? Einen, ja. Dann kann ich noch bei jemandem anderen spielen. Ich bin ein Drottl. Bin eh gewendet. Interessiert ist das. Jetzt muss ich mir aufgeben, oder nicht? Das ist ja gar nicht geil. Also nebenbei auch ein Bufrenner. Wir sind Kaiser. Ah, wir sind Kaiser. Wasser tropfen. oder wenn du schon fertig bist mit Lullo-Masso. Du kannst ja auch nicht wirklich schnell sein. Ich meine, ja schon, aber wenn du einem wie bei einem bläst, mit Füßen und Atmen. Das hört sich ja dann so an. Das zipft mich auch. Ja, sie brauche ich da gar nicht zu viel. 2010! Letztens wäre gekommen im Zoo, in dem bin ich gar nicht eingestiegen. Weil ich will keine Kinder. Das war im Zoo, in dem drauf stand. Das ist so als Kinderdorf. Du stellst aus und hast ein Kind. Das will ich nicht. Zeigst den Falschen her, der macht einen Stempel, und das ist so wie Unterschriften. Du hast den Vertrag abgeschlossen. Ich habe das sehr hart. War mir das muss ich nicht selber machen. Ich werde das nicht gerne machen. Ich habe das auch immer nach oben. Ich habe das auch noch gemacht. Aber ich habe schon lange mit dem Kuchnern. Und wir kommen hier. Und ich habe auch noch einmal mit dem Kuchnern. und ich habe noch nie dabei gegeben. Und ich habe mich im Auto gemacht. Ich habe das Bollchen zu müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017